Norddeutscher Rundfunk Jetzt sind wir in Florian Italien 9,4 Kilometer der Straße vor Ort Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass wir bis St. Lorenz dass ich da so viel Höhe aufgenommen habe Das muss langsam passiert sein Höhe und langsam Höhe angenommen Irgendwann Jetzt noch mal ganz hoch, aber jetzt bin ich aufgerissen Richtung nach, so wie ich das hier mit der Schlange hier da hofft Das wäre mir schon aufgefallen Und dann ja Das ist ein Backwestum-Schwatz hier Ich kann ja auch Lampen-Gruppler eingeben Das ist ein Backwestum-Schwatz hier Feuchtel zu Oh, war gut Erstmal war Ries So, recht netzer Das Wasser hat so eine typische Farbe Das war eine Dämpfission hier Ich habe ja schon mal Das wäre gut Das war jetzt Ich kann ja auch noch mal 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 Erstmal Ich kann ja auch noch mal Restaurante Albergo Na dann gucken wir auch mal ob wir hier original italienische Pizzeria an finden Pizzeria Italiano muss aber dran stehen oder muss Italiano dran stehen das glauben wer es will oder Eiskeele übernimmt es ja das ist ja das ist ja auch das ist ja auch früher habe ich schon viel Fiat gefahren Fiat Fiat Spanien Fiat Flavenda Lila Restaurante Passage Untertitelung des ZDF, 2020 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 In 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen, auf Iale Roma. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. In 800 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, auf Strada Stadt Talerila und Iale Roma weiter folgen. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. 2,7 Kilometer der Strasse folgen. 3,5 Kilometer der Strasse folgen. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, die Strasse folgen. 3,5 Kilometer der Strasse folgen. 7 Kilometer der Strasse folgen. Vielen Dank.